Und ich war eigentlich die Einzige, die so unterwegs war. Und heutzutage durchs Internet? Ja, aber es ist eigentlich schlimm. Ja, wir haben keine Spielfelder. Und zwar, die Frauen müssen erstmal lernen, sich zu entspannen, weil wir wissen überhaupt nicht, was eine Frau ist. 6000 Jahre hat der Mann an uns rumgebastelt. Weil eine Frau... Und dann durfte die Ärztin, die trauen sich das im Moment nicht zu sagen, aber die haben vor ein paar Jahren noch gesagt, nehmen Sie es zusammen, für Sie ist kein Markt mehr da. Frauen über 40 haben ab... Und hier ein Gräselein, dort ein Blatt, der Hund die strenge Aufsicht hat, das Schaf, das Schaf, das Schaf. Das ist der Mann, die Wehren eingespannt. Die Welt, die Welt, hat feindlich sie gesellt. Gesellschaft trichtert Normen ein, drauf fallen beide wirklich rein. Und nur das Chaos und die Spitze, das ist nun wirklich zu gar nichts nütze. Und brühte dort das Weltenei, da kommt manchmal ein kleiner Ritter vorbei. Ei, ei, was hast du, was wird das, was soll das wohl sein? Die Welt ist doch fertig und jeder allein. Von geblüht, der die Welt nun mal sieht, wie sie ist und was geschieht. Nun ja, meine Mama kriegte ganz schnell meinen Bruder. Den liebte sie mehr, das glibberige Luder. Bitter, bitter, sagt der kleine Ritter. Dann hab ich im Weltchen mein Wetter. Das hast du geträumt. Und Träume sind bitter, da wacht man auf und ist wieder allein. Und so soll nun mal die Welt Geschichte sein. Bitter, bitter, grinst der Ritter.